So. Startname Rampage in the Jungle. Jungle, Jungle in the Rampage. So, nächstes Mal bauen wir da auch wieder ein bisschen auf Damage, aber nicht only. So. Wir bauen ihn aber wieder auf dem Ranger, wollte ich gerade sagen, auf dem Warrior. Wir fangen an mit Fire Blossom, das ist das Standard Ding. Wir gehen hier wieder auf Leben am Anfang. Unsere E natürlich und dann wieder den Strichen folgen. Hoffentlich geht's schnell. Mist. Den Gewinner seht ihr ja gleich. Er stellt da direkt nochmal ein Wort. Captain Vlada hat das Battle gewonnen. Jawohl. Gezette, 500 Shots. Make sure to build magic armor. Ja, magic armor ist hier auf jeden Fall gefragt. Ja, haben wir mit mir gekauft. Ja, TSENT 1 mit W forgot doi wir antwortet ein Und man obs Allied Tower under attack. Enemy Tower under attack. Oh, wenn wir Glück haben, überleben wir das alles hier. Ja, das Life Rack, der passive von ihm ist halt so stark. Sehr nice, da kann ich nicht mehr dran. Hm? Enemy Tower under attack. So, wir haben jetzt wieder nochmal ein Wort hier hingestellt. Attacken können wir jetzt gerade keinen, wir können aber versuchen Richtung Panktus zu kommen. Die erste hat jetzt auch ein blaues bekommen. Das ist denn die Ult? Ich glaub, entweder Flash, Ult, ich hab keine Ahnung. Okay, Dusseh. Das war's. Das war's. Ich werde dies wissenschaftlich beobachten. Ja. Das war's. 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 Yes. Das war's. Was? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Wir gehen. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Das war's. 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 So. So. Schade, schade. Dann nicht. Ich. Das war's. Ich. 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 Er ist. schon tot. Okay, okay. los. Ich. Oh, ich. Oh, ich. 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 Ich.